Ich habe alles versucht in Deutsch zu machen. Letztes Jahr hat das alles noch nicht so gut geklappt, aber ich habe ein bisschen geübt und es freut mich, dass ich das jetzt ein bisschen besser kann. Also, ich versuche das in Deutsch. Also, dieses Jahr ist es wirklich schwer. Als Frauenfeld schaut wirklich unglaublich aus. Ich möchte natürlich gerne gewinnen, aber es sind noch ein paar andere Männer, die möchten das auch gerne. Ich habe mich gespannt. Ich habe wirklich super vorbereitet und es schaut gut aus. Aber wie gesagt, eins gespumpt gibt es ungefähr sechs Mädchen, die haben nach in Ironman. Distanz gewonnen oder selbst noch mehr. Und ja, ich kann nicht sehr sagen, dass ich in Ironman gewonnen habe. Schauen wir mal, was da passiert. Ich versuche es am besten und wezen wir uns am Sonntagessen.